Die Visiten mit freundlicher Unterstützung von McDonalds, ihren Restaurant in Aargau und Soleturn und Emil Frey, ihr Autozentrum Saferwil mit Kia Motors. Irgendwann ruft mich Amnesty International an, warum ich immer diese Kameramann umfahre, aber es gibt so viele. Ich habe ein E-Mail bekommen und zwar von Anton Bock und zwar es gibt doch Swiss-Miniatür im Tessin und das hemmen wir auch in Saferwil und das will er mir zeigen, weil der macht das selber. Das interessiert mich. Bis nie. Heute kommt das Schild an meine Herzziete von Saferwil. Das sind die Angaben, aber was, wenn wir schon bei Swiss-Miniatür sind, es ist wirklich wahr, vom März bis November hat es offen, 14.000 Quadratmeter, 120 Bauwerke, 1.500 Bäume, 15.000 Blumen. Wirklich, also geht mit den Kindern dahin, wenn ihr noch nie da wart. Das ist wie das Verkehrshaus im Tessin. Möte! Hallo! Ja, meld dich ruhig. Komm her! Ja, hoi, darfst du euch sagen! Hoi! Hallo! Ich bin ein Typ. Hoi, kennst du mich sogar! Ja super, für die Zuschauer die Regeln. Ist TeleM1 auf ihrem Fernseher unter den ersten 9 Sender, können sie Ende Jahr einen Kia Soul im Wert von über 27'000 Franken gewinnen. Aber darauf gibt es McDonalds Gutscheine für ein Menü nach ihrer Wahl. Haben sie TeleM1 später programmiert, dann haben sie immer noch die Chance in unserem Kartenspiel um das Auto und Gutscheine zu spielen. Wo hast du TeleM1? Auf dem 8. Auf dem 8, das ist doch gut. Das ist für Kinder. Ja, aber gross. Dann machen wir 2. Ist das gut? Ja, ist gut. Also, Mischle. Immer das Spiel höher, tiefer. Also, das ist ja einfach. Schau. Meinst du es ein 3 und du musst jetzt sagen höher oder tiefer als ein 3? Es ist höher. Es ist höher. Dreh selber ums 9, also gehst du mit deinem Malgo McDonald. Manix, komm wir machen Tschüss. So, machen wir den Kleber noch hin. Schau, Manix, da kommt der Kleber hin. Ja, fast gerade. Ja, ja. Tschüss Menix. Tschüss. Tschüss. Tschau Irina. Schöne Zeit und Gruß am Mann. Was kommt jetzt? Zweite Wohnung, komm, gang los. TeleM1 Visite, grüezi. Grüezi. Kennen Sie meine Sendung? Ja, auch schon gesehen. Wofür ist das? Einfach Dekoration. Aha, ich dachte, da könnte man eine hauen, wenn einer zu uns vor. Oh, wenn ich eine Loni kann, geht es eigentlich. 21. Also, pass auf. Das ist meine Karte. Schon wieder ist es 3. Das geht um McDonalds, da geht es ums Auto. Mhm. Du musst jetzt sagen, ist die nächste Karte höher oder tiefer als das 3? Höher. Ja, das ist relativ einfach. Drehen wir um. Ich habe nicht geholfen. Du musst umdrehen, weißt du, ich werde da älter. Das sehe ich nicht. Hä? Tschüss. Herr Kameramann. Er ist nicht so schnell. Er ist nicht mein bester Kameramann. Er ist der allerbeste. Die nächste, höher oder tiefer als das 3? Der ist er. Ich habe nichts gesagt. Dreh selber um. Jetzt geht es ums Auto dann am Ende des Jahres. Um 27.000 Franken in Kia Soul. Grüß Gott. Ich bin zu früh. Ich bin der Peter. Grüß Gott. Das ist der. Markus. Er macht nichts. Nein, er macht nichts, aber der klingt gefährlich. Da wohnt der Obama. Das ist das Wiese Haus. Kannst du das so sagen? Das ist über unten nicht. Bundeshaus von Bern ist das. Das ist gar nicht das Wiese Haus. Das ist das Bundeshaus von Bern. Beleuchtet. Hast du vorher Fotos, dass du das so anschaut? Genau. Du machst das nach Foto. Ja, im Internet. Im Internet, genau. Und was ist das jetzt für ein Material, wenn ich die Frage... ja, das ist hauptsächlich Holz so, oder? Und die Granium zum Beispiel, die mache ich aus Wolle. Aus Wolle, ja. Ja, cool. Und das andere, das ist ja praktisch alles Holz. Das ist ein kleines Schleifepapier. Ja, genau. Ja, genau. Das kennen wir, das Schleifepapier. Das ist ein alter Trichter gewesen. Ah, ja, ja. Jetzt sieh's. Ja, genau. Du musst einfach irgendwie Ideen haben. Ja, ja. Darauf kommst du, oder? Wie viele Stunden schaffst du da dran? Da habe ich höchstens etwa 40 Stunden dran gemacht. Da haben wir den Eiffelturm. Neben deiner Frau. Der Eiffelturm ist so gross wie deine Frau. Das hättest du jetzt auch gemacht aus Holz. Das ist auch aus Holz. Das tust du einfach spritzen dann, oder? Kannst du lupfen. Ja. Holz und Russen. Ja, ich habe Angst, weisst. Der Lift ist auch drin. Ja, ich habe schon gesehen. Die Zuhörer sind auch da. Ich bin nur bis hierhin gelaufen. Im Echten. Was ist das jetzt? Das ist jetzt vom Kugelschreiben. Ja, eben. Wollte ich gerade sagen. Ich muss nur Ideen haben. Und weisst du was, jetzt gehen wir in seine Werkstatt und da hat er noch viel, 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 viel mehr. Unglaublich. Das ist deine Werkstatt. Was war denn dein erstes Haus? Dein erstes. Mein erstes Haus, das habe ich verbrannt. Mega was. Aus Versehen. Weil es nicht schön war. Da sind wir jetzt gerade. Das ist im Fliederweg 17 ins Hafenwil. Das sind einfach so kleine Kirchen, weisst du? Ja. Weil viele Leute haben Freude kleine Kirchen. Das ist ein richtiges Appenzeller Landhaus, oder? Mit einem Appenzeller-Innenroden. Ja, ja, ja. Ausroden sind ja im Brunifat allein. Ja, ja. Ich habe mal im Wald zu Hause gelebt. Im Wald zu Hause, Ausroden. Und weisst du, wie die Strasse hieß, wirklich ohne Seich, im Löchli 1139. Da habe ich gewohnt. Du musst gar nicht lachen, du Kameramann, das ist wahr. Im Löchli 1139. Das ist wirklich kein Scherz. 1988 habe ich da gewohnt. Da war ich vier Jahre alt. Ja. Ja. So. Das ist sogenannte Kirchen. Wenn du von der Ebenalp runterläufst, kommst du dort zu der Hölle aus und das ist die Kirchen. Okay. Das Kapitol. Ja, genau. Das ist das weisse Haus. Ja. Der hat 110 Fenster. Wenn mir einer das gesagt hat, vor zehn Jahren mache ich das. Ja. Mit ich sage, du bist ja nicht ganz putzt oben. Ja, und jetzt merkst du, dass du nicht ganz putzt bist. Das ist deine kleine Werkstatt. Und du hast gesagt, das teuerste an dem ganzen Hobby ist eine der Lim. Ja, richtig. Und da tust du deine Ideen dann im Kopf oder tust du sie vorher aufzeichnen? Kopf. Voll im Kopf. Voll im Kopf. Das ist ja unglaublich. Ich zeichne nicht einmal. Ich zeichne nicht einmal. Ich zeichne die Fräse und schneide fertig. Da ist jetzt eine Fräse drin, oder? Ja, genau. Oder das könnte ich was tun. Die machen wir als Chemie. Ja. Da ist der Chemie. Hey. Das ist Chemie. Ich möchte eines sagen. Das Hobby ist sensationell. Danke dir vielmals, dass ich da sein durfte. Bitte schön, dass ich da sein durfte. Und mach weiter so. Ja. Vielleicht baut ihr ja mal das TLM1-Gebäude. Wir wissen nicht. Wie seht ihr? Überhaupt kein Problem. Melden. Die Visiten mit freundlicher Unterstützung von Emil Frey, Ihres Auto-Centers Saverwil mit Kia Motors und McDonalds, Ihres Restaurant im Aargau und Solenturn. Brian Deich. Hey. 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 Hey.